Moin, hallo und herzlich willkommen. Mats wieder am Start auf Crowd0 und wir müssen hier noch 9 Steps über den Haufen schießen. Da war ich auch noch nie drin. Was ist der Aljoscha-Laden? Muss wohl Nikonaus gewesen sein. Das ist der Aljoscha-Laden. Ich komme hier nirgends anders raus, oder? Das ist der Aljoscha-Laden. Das ist der Aljoscha-Laden. Das ist der Aljoscha-Laden. Die Granate ist in meinem Geruch geil geworfen. Scheiße. Okay. Was soll ich hier tun jetzt? Ich schurze hier noch den Pfeilern oder was? Die sehen so komisch gefohnt aus. Was soll ich hier tun? 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 Das Ding ist eine Glasbude, Mann. Was soll ich hier tun? 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 Was soll ich hier? Was soll ich hier tun? 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 Was soll ich hier? Ich bin hier? Was soll ich hier tun? Was soll ich hier? Was soll ich hier? Was soll ich hier? Was soll ich hier tun? 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 Das war's für heute. Nein! Ich wollte es anziehen. Oh! Das war's für heute. Nein! Ach man, was willst du mit dieser blöden Body-Rammer auch machen? Oh man, die schöne Munition! Scheiße! Hey! Ist es nur BMCs a la Achievements? Sieben Stück oder was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Naja, steht doch vorne dran. Oh Mann! Alter! Oh! 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 Oh!